Die Achtklässler der Oberschule Habstadt schlüpfen am Dienstag in mehrere Rollen. Mal waren sie Experten in einer Talkshow, mal mitraten in einem Quiz, mal Slalomläufer. Der Hintergrund? An der Oberschule lief ein Präventionsprojekt. Spielerisch wurden die Achtklässler dabei über Auswirkungen des Rauchens und vor allem über des übermäßigen Alkoholkonsums informiert. Neben dem Informieren war es ein zentrales Ziel des Tages, innerhalb der Schülerschaft Diskussionen über die Sucht anzuregen, sagte Maria Rüschendorf von der Fachstelle Sucht der Diakonie. Die Habstädter Schule plant, das Projekt künftig einmal jährlich für ihre achten Klassen anzubieten.